Also an und für sich ist der Steinbruch ja die schönste Open-Air-Lokation Europas. Das wurde uns jetzt schon zahllose Male bestätigt. Es hat eine Unterhaltung, ein tolles Bühnenbild, gute Sänger, also ich glaube, die Stiftung Hesterhase ist immer bekannt dafür, dass sie wirklich auf erste Qualität setzt. Ich freue mich auf die Atmosphäre, ich freue mich auf eine wunderbare Aufführung, das ist immer hier, das ist auch hervorragend und das ist eine wunderschöne Oper mit sehr schönen Arjen. Es hat mir sehr gefallen und ich würde es wieder sehen. Diesmal muss ich wirklich sagen, es schlägt alle anderen Vorstellungen, die ich je hier gesehen habe. Großes Spektakel hier im Freien, schönes Wetter und eine sehr, sehr schöne Inszenierung hat mir sehr gut gefallen. Total beeindruckt von dem wahnsinns Bühnenbild, also es ist eine tolle Szenerie. Wunderschön, wirklich wunderschön. Wir sind weltweit bekannt für die Kunst und Kultur, das ist wirklich unser Markenzeichen und dazu gehört auch der Steinbruch St. Margereten. Ein schöner Nacht mit einem vollen Mond, eine perfekte Temperatur und alle waren in großartiger Form, alle singen das beste, die sie können. Es war eine traumhafte Premiere mit großartigen Sängerinnen und Sängern, einem tollen Team-Ensemble. Ich bin sehr stolz.